Probiert unterwegs heute, Scotts Bluff National Monument. Eine tolle Landschaft, hier ging der Oregon Trail durch. Siedler, die damals in Amerika in den Westen wollten, kamen hier durch. Hier kann man zu Fuß ein Stück reinlaufen. Da hinten geht die Straße hoch. Man kann hier also kostenlos bis oben auf die Spitze fahren. Das sind ungefähr 1,6 Meilen. Man kann von da einen kurzen Weg laufen und sich die tolle Gegend aufrufen. Ein kurzer Einblick aus dem Urlaub. Kurzes Reiseziel, Scotts Bluff, Nebraska.